An dem neuen Klosterstandort am Korinsee befand sich zuvor eine Siedlung, was archäologische Untersuchungen belegen. Das Dorf slawischen Ursprungs namens Ragöse war eine Burganlage, aus Feldsteinen gebaut und mit einer romanischen Feldsteinkirche. Für den Bau des neuen Zisterzienserklosters wurden die Bewohner in andere Dörfer umgesiedelt und die vorhandenen Gebäude abgetragen, wobei gutes Feldsteinmaterial im neuen Kloster Verwendung fand. In einer in Korin verfassten Urkunde, in der der Bischof dem Pfarrer aus Britz jede Forderung nach Abgaben in Form von Getreide abspricht, ist die Situation beschrieben. Bischof Heinrich von Brandenburg erklärt, dass das Slawendorf Ragöse niemals der Kirche in Britz unterstellt war und dass die Einwohner dieses Dorfes ausgesiedelt worden seien. Korin, 21. Mai 1274 Wir, Heinrich, durch Gottes Gnadenbischof von Brandenburg, erinnern daran, dass wir bei der Weihe der Kirche in Britz das einstige Slawendorf Ragöse nicht der zuvor genannten Kirche unterstellten und das auch in der Folgezeit nicht taten wegen des Klagegeschreis der Herren der Slawendörfer, besonders in den neuen Siedlungsgebieten darüber, dass die Bischöfe auf diese Weise die Dörfer irgendeiner schon geweihten oder in Zukunft zu weihenden Kirche unterstellen könnten. Deshalb ordnen wir in dieser Schrift grundsätzlich an, dass aus dem genannten Dorf, welches unter Recht und als Eigentum der Koriner Kirche verbleibt und dessen Einwohner auszusiedeln sind, die Koriner Kirche nicht verpflichtet ist, Scheffelkorn an den Pfarrer in Britz zu entrichten. Wir gebieten diesen darüber hinaus, Forderungen nach Scheffelkorn ständiges Stillschweigen zu bewahren. Gegeben in Korin im Jahre des Herrn 1274 an den 12. Kalenden des Juni im 11. Jahr unseres Pontifikates. Amen. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020